. Hat keine Angst. Wir sind uns schon mal begegnet. Suchst du nach Regen? Suchst du nach Regen? Sie werden in der Hölle. Sie werden in der Hölle. Mach das auf! Was denken Sie ist das Böse? Ich sage Ihnen, was ich denke. Wir werden mit Hoffnung und Träumen geboren. Und dem Wunsch, glücklich zu sein. Dad. Irgendetwas passiert mit meiner Tochter. Hilfe! Hilfe! Es passiert auch mit meiner Tochter. Der Teufel hat nur einen Wunsch. Wir sollen den Glauben verlieren. Ich glaube, Sie können helfen, unsere Mädchen zurückzuholen. Ihn in uns auslöschen. Und der Teufel gibt nie auf. Sie weiß, wer ich bin. Wo ist die? Wo ist die andere? Sie hat auf mich. Was Sie hier tun, ist gefährlich. Wir sind Menschen auf beiden Seiten der Besessenheit gestorben. Komm schon, Schätzchen. Bitte, komm schon. Wenn du das nicht überlebst, werde ich's auch nicht. Mama. Ich bin hier. Ich kann dich nicht sehen. Baby, ich bin hier. Ich will nicht in die Hölle. Dein Gott hat dich betrogen. Es sind Zweihandschläge. Funktioniert das? Sie beiden schlagen sie im Grund. Sei stark. Was hast du getan? Ein Mädchen lebt, ein Mädchen stirbt. Ihr müsst wählen.